Sehr geehrte Damen und Herren, wir zeigen Ihnen heute das Stück Wiedermann und die Brandstrifte. Haber Haffer bekannt, Gottlieb Wiedermann, seine Frau Babette und ihr Dienstmädchen Anna bekommen Besuch von zwei Männern, Schmitz und Eisenring, welche sich zunächst als Hausierer, also Bettler, ausgeben, um sich somit Zutritt zum Familienhaus zu verschaffen. Die beiden hacken eigentlich einen üblen Plan auf, den Wiedermann aus Angst und falscher Selbstzufriedenheit ignoriert und seine Augen vor allen Warnsignalen verschließt. Selbst die Polizei lässt sie nicht aufwachen und der Chor der Feuerwehrleute, die Wiedermann auf Schritt und Tritt verfolgen und die nur er sehen kann, geben ihr Bestes, um den Gutbürger und seiner Blindheit zu führen. Kann das drohende Unheil zu vermeiden sein? Kann das drohende Unheil zu vermeiden sein? Kann das drohende Unheil zu vermeiden sein? If I had to pray, I'd be cold as the stone and rich as the fool that turned all those good hearts away. If I had to pray, I'd be cold as the stone and rich as the stone. If I had to pray, I'd be cold as the stone and rich as the stone and rich as the stone. If I had to pray, I'd be cold as the stone and rich as the stone and rich as the stone and rich as the stone. Thank you. 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 Mama sing, Mama song, Makusa Vielen Dank.